Die Prise sei ho der safe Oh, oh, der kommt zurück Ja Äh Gute Frage Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hätte gedacht, wir müssen wahrscheinlich irgendwo Strom ausschalten Ähm Damit wir mit Nightwishem durchrennen können Da steht er. Da kann man aber nichts machen. Da auch nicht. Hm. Okay, da ist nichts. Ich gucke mich da mal ganz kurz nochmal um. Weil. Nein. Der schmuttert Ding mal hochlegen auf eine andere Taste, Alter. Na. So. Ah, die hat Schianzeit auf, scheiße. Äh. So. Nee. So. Ist hier echt nichts weiter? Kann auch sein, dass wir die jetzt aufgehoben haben, dass jetzt ein Event ausgelöst wurde. Dass wir jetzt an einer anderen Stelle vorbeikennen. Und ich schätze mal, das ist jetzt der Grund. Hier unten ist definitiv nichts. Nein. Nein. Boah. Oh. Okay. Dann schleichen wir uns mal noch ein Stück zurück. Und dann sehen wir mal, was sich geändert hat. Oh. Hey, woher ist da? Keiner. Hier ist keiner. Du hast nichts gesehen. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist deine Pilzsuppe. Okay, der geht zurück. Was soll sich denn geändert haben? Hä? Jude Frage. Ich will den Hedge hat die eben. Hey, wo ist denn der Dingchen? Da geht's definitiv nicht lang. Oh. Da bestimmt. In die Ding... Ich muss das jetzt erschossen. Oder Typ. Keine Ahnung. Dadurch können wir nämlich jetzt da lang. Ob so, als kommt hier keiner von oben. der geht von da nach da Hm. Manchmal... es sind zwar nur... Da läuft auch mal einer runter. Es sind nur zwei hier unten. Und selbst mit zwei Mann kann das richtig schwer sein. Okay. Da kann ich wahrscheinlich drauf zur Sicherheit. Nur wahrscheinlich runterfallen darf ich nicht. so geht der jetzt hin ich glaub der dreht sich dann einfach wieder um der leuchtet dann aber geradeaus weil da ist kein Suchfeld ja komm dreh ich um ich glaub das bringt hier nichts darf ja nicht runterfallen vielleicht könnte ich hier durch irgendwo ich hab ne idee der typ der da ist da steht der andere kommt ja gleich wieder er stellt sich dahin dreht sich dann um aber der bleibt dann noch stehen und dann können wir hier hoch und dann nach da ich würde es am liebsten kitzig machen aber das geht gerade nicht hm okay jetzt steht er da hinten wo ist der da ist er naja oh oh jetzt guckt er nicht guck hier bloß nicht her dann hast du eine kugel im kopf die stehen auf jeden Fall jetzt anders vor allem erner der hat nämlich nach da geguckt da ist ja nichts da ist ja nichts ich weiß nicht wo der hingeht ich möchte versuchen kein abzut ich weiß nicht was schießen die da eigentlich ich glaub die schießen sie versuchen sich gegenseitig zu schießen oder da ballert doch hinten auch einer ich weiß ja nicht wo der lang geht ach jetzt ist der da weg so soll ja hier muss man gespeichert so es ist ein bisschen dunkel ich hätte mal mit zimmerlicht ausmachen soll ich so Parkour laufen Arjuni weil ich meinst du schützt gerne machen ich glaube die Kommerin ich habe so wahrscheinlich nicht war nee das wird's doof oder äh ich glaube das war doof kann man hier wieder hoch äh hallo äh okay zum lück hat's grad gespeichert vielleicht doch darüber mit Anlauf so hier runter dann hier drauf da so ne ja wir sind zwar auf jeden Fall weiter runter als da oben aber wir können trotzdem noch nicht runter springen vielleicht mal doch hier lang ja doch gut alles klar das war dann mein fehler der besagt hat dass wir da nicht schlangen können ja hä na nun ach da ist aber doof dass man da eine Sackgasse ist wenn man da wo ich grad war das hier hier ein kleiner Lichter irgendwas wo ist das tauschig machen das ist das das ist der mit dem dem der money das ist die luftdruck pumpe deine luftdruckwaffen auf indem du er drückst So, wir haben gelesen, der Druck baut nach einer Zeit ab. Deswegen nur im Notfall machen wir immer das Ding wirklich benutzt. So, müssen wir jetzt da drauf? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich hier hoch. Ich glaube, die beschießen sich gegenseitig. Aber die treffen alle die gleiche Stelle. Mann! Die Messer benutzen! Entschuldigung, jetzt ist es weg. Wenn ich da hingucke, habe ich ganz wenig FPS. Warum auch immer. Okay. Müssen wir jetzt hier durch? Ganz vorsichtig. Da liegt sie besser. Hm. Die würden ja auch auf mich schießen. Der lächelt die ganze Zeit hierher. Wird er sich mal bewegen? Äh. Na, da runter. Und... Jetzt hat er sich umgedreht. Ich glaube, da muss ich rüberspringen. Das war ganz knapp. Ich habe gedacht, wir fliegen runter. Da ist so viel Licht, ey. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. So, wie viel Druck hat die verloren? Na ja, ob das noch bis grün runter geht. Da ist noch so ein Ding. Oh. Da hat er mich gesehen. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Zu dem Punkt. Oder zu dem, äh, dem. Ich gebe doch nur Trophäe. Wenn man in diesem Level, ist das glaube ich, alle Faschisten und alle Roten. Also wir töten gerade Faschisten. Und das da vor uns waren die Roten. Du. 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 illed. Du. Fristet der Ist keiner dran Also wir haben mit dem wenig schuss Da schießt doch, oder? Doch, jetzt ist wieder anders Jetzt aber keiner dran Ja, Leute, das war scheiße, ich weiß, sorry Ich wollte mal meine perfekten Schleichkünste zeigen Aber, naja, scheiß auf die Trophäe Wir spielen das nochmal, wir wollen unseren Spaß Und Und Den kriegen wir auch Okay, warum die sich alle gegenseitig beballern, ey Aber die Monster ja Sehr einfach Warum bauen die sich gleichzeitig in einem Tunnel? Ach, kaputt Kaputt Na, Feuer kann leider nicht ausmachen Weil dazu müssen wir pinken Und, äh, das müssen wir gerade nicht Ja Und, äh, benutzen euch jetzt Und, äh, unsere Residenz zu schützen Und, äh, eure Verrengungen sind nutzend Und, äh, eure Verrengungen sind nutzend Dann müsst ihr halt sterben Weil, ob ich jetzt ein Töter oder 20 Spielt jetzt auch keine Rolle Wow, 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 da musst du doch mal ganz kräftig schließen Aber Und, ähm, ein jährlicher Ich hab's bestimmt wieder irgendwas zu entdecken und ja, das machen wir.